Wenn Endgültigkeit und Trauer nach Worte verlangen, nach Worte, die Hoffnung schenken, Liebe spürbar machen und den Abschied erleichtern, dann bin ich eure Traurednerin. Mein Name ist Sarah Ecker und es liegt mir am Herzen der Sens vom Mensch, diesen persönlichen Seelenabdruck ins Zentrum des Raums zu stellen. Eine achtsame, wertschätzende und individuelle Trauerrede kann Trost und Hoffnung spenden, Erinnerungen wach werden lassen, manchmal heilend wirken. Oft wird ich in diesen persönlichen Vorgesprächen gefragt, wie ich dann mit so viel Tod, mit diesem Schmerz und dieser Trauer umgehen kann. Vielleicht ist es mein persönlicher Lebensrucksack. Vielmehr aber ist es Liebe, die für mich spürbar wird. Spürbar dann, wenn jemand vor mir sitzt und nichts anderes kann, als den Tränen freien Lauf zu lassen. Weil das doch das Ebenbild der Liebe ist. Würden wir diesen Schmerz nicht spüren, hätten wir ihn nie geliebt. Das ist doch die Essenz des Lebens. Das gibt mir die Hoffnung und den Glauben daran, dass diese Arbeit so wichtig, wertvoll und richtig ist. Vielmehr um den Tod geht es nämlich um das Leben. Es ist also nicht eigentlich eine Trauerfeuer als vielmehr ein Lebensfeuer. Und genau für das setze ich mein Wissen, mein Können, meine Fähigkeiten, verherzen gerne. Damit diese Zeremonie genau so geführt werden darf. Wertschätzend, achtsam und authentisch. Vielen Dank fürs Zuhören, für die Zeit und das mir anvertrauen. Dassel. J свидetç shine. Untertitelung des ZDF, 2020